jo leute da bin ich wieder jetzt zur zweiten folge easy taker versus dinos wir sehen hier noch riesen quetzal hier auf irgendeiner base die uns leider nicht gehört und ich bin hier gerade dabei einen parasaurier zu zähmen ist eigentlich cool ist nämlich so ein reitdino den man hier im early game relativ easy bekommen kann deswegen versuche ich das jetzt mal er frisst auch nicht so schnell wie zähl ich den fiomi oder so und level 10 könnten welche recht wie sie noch schaffen sollte jetzt nicht allzu lange dauern können wir im notfall einfach mit guten foundations oder so leveln geht ja und schwieriger jetzt aber eher am 10 ist so viele bären aufzutreiben dafür muss ich jetzt erstmal ordentlich sammeln hier laufen auch immer diese die gallimimus fisch herum sind wir mit vierer gallimimus und ich sammeln hier schön mit berries und armer berries und alles mögliche und ich erne hier die ganze spiefern von irgendeinem farber heißt ja da vorne in level 73 ja das ist echt heftig wir fragen immer aber hilfe braucht brauchst du hilfe dann könnte ich erstmal jetzt wieder ein paar bären rein ne 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 ok so ich kann eh nicht viel tragen habe ja nicht viel auf weight geskillt und dann hier kannst du ein paar narko berries essen und er wird plus 11 level bekommen also gar nicht so schlecht gaming geht auch ganz gut voran ich schätze mal auf so ungefähr 20 minuten die er dauern wird ich guck mal kann man auch eben schnell auf der in der app nachgucken dass hier ich jetzt nicht irgendeinen quatsch erzähle zack die dododex app kann ich schnell rausgeholt und dann das level 28 braucht 40 meter berries und zwölf minuten es geht ja eigentlich voll also auch von der bärenmenge her ist also viel viel einfacher eigentlich als und für mir also ein schwein viel viel besser das reiht hier direkt deswegen wenn wir uns das macht aber weil ich mich überwärts alle sind dabei und er wird 68er krebs kann man definitiv machen so der jetzt auf jeden fall schon ein paar bären ist nicht so will ich noch ein paar narko berries oder egal ich frage jetzt nicht und jetzt hier noch mal ein paar bärchen einfach narko berries sind wichtig beim zähmen egal was lecker lecker narko berries lecker lecker narko berries und ich würde sagen so als nächstes also ich würde mir eigentlich ganz gerne die punkte aufsparen bin am faden mit wursten und würde mir dann halt ganz den sattel erlernen dann brauche ich hier noch die anziehsachen water skin water skin könnte ich jetzt schon machen weil der eigentlich recht unvoll ist obwohl ich muss ja erstmal jetzt die punkte aufsparen das ist gerade echt wichtig wo komme ich jetzt so schnell wasser da aus dem fluss weil der da aus dem see weil dieser fluss hier ist finde ich immer so ein bisschen ein baggy und da kann man irgendwie auch nicht was trinken so richtig deswegen glaube ich jetzt mal da zum see der isi gara fälle wo er isi da in den wasserfall sein haus reingebaut hat da oben würde ich eigentlich auch ganz gern bauen also ich würde sie erstmal ganz gern hier unten leben und dann später umziehen nach da oben jetzt habe ich keine stamina mehr allerdings regeneriert die auch nur so langsam wenn man kein trinken hat und deswegen gehe ich mir jetzt einfach trotzdem weiter ich muss plätschen platschen und alles andere kann ich hier was trinken vielleicht drink water ah danke äh owner isi taker oh er ist es ne personal owner gaga also vielmehr gut gemacht hier drink water geht alles supi dupi wenn wir direkt zurücklaufen zu unserem para dass er uns nicht aufwacht und hier sieht man es einfach was die leute hier schon auf die normalen arkeinstellung geschafft haben wir stehen einfach 1 2 3 ich glaube es sind sogar vier giganotte saurus äh teile ein paar brondos sind ja auch mit dabei die suchten echt hart wie die das hier schaffen mega cool props an euch und das ist hier der faber sogar an der hat hier die ganzen giganotos und so weiter gezählen also wirklich cool gemacht und wir zählen uns jetzt hier gerade mein para ja besser als nichts würde ich sagen ne so kann man ja vor allem level 28 er geht eigentlich hier level 28 on count das ist deine narco berries hier sind neue farmedo berries tinto berries alzoo berries und armor berries kannst du auch haben hier liegt ja auch halb unter farber space ist doch farber farber ne ähm oh na farber jip so was macht er hier sieht ja auch interessant aus warte kann er hört er in den sprachchat farber was machst du da warte kannst du mich über den sprachchat und hören wenn irgendwas gedroppt ah das will er wieder aufsammeln ok ich glaube er schreibt ne achso ok weil sonst hätten wir jetzt einfach über den sprachchat mit ihm reden können aber wenn das nicht geht dann halt nicht so ist auch ein easy taker der ist natürlich hier bei uns im schreibt der farber und das wie ich hier kriegt noch mal ein paar narkosebären jam 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 und dann würde ich sagen sammle ich auch gleich noch ein paar bäger mehr aber diese geräusche von quetz sind irgendwie voll cool finde ich ich weiß nicht irgendwie mag ich sie und äh dann würde ich auch ganz gerne hier ein haus bauen ihr seht auch schon hier auf dem neuen habe ich ein paar foundations ähm mit dem können wir dann würde ich sagen irgendwie auf der anderen flusshoferseite oder so ein haus bauen hat es auch schon hier hins gebaut dann hat mich der farber gebeten dass sie da abzureißen dass halt nur that foundation sind und die ultra schnell zu erfahren sind hab ich einfach mal gesagt ja weil der möchte jetzt auch noch irgendwas hinbauen auch wenn es auch noch das ist ist ja egal und dann baue ich einfach irgendwas an die andere seite nachdem ich hier den para gezimt habe das wäre halt eigentlich ganz gut wenn wir noch level 15 oder so werden weil dann können wir auch erst die tore und die guten fans foundations und so weiter machen also wäre das eigentlich ganz gut ich frage mal Farbe ob man den hier auch irgendwo unterstellen kann in einem offenen gehege gibt es hier irgendwo ein offenes gehege wo ich meine dinos vorerst abstellen kann das kann ich ja nicht wissen ja ich hoffe mal einfach ja die eine narkobere kann ich mir nochmal gönnen da ist hier noch ein paar metro berries du kannst ja alles gönnen das ist auch schon fast bei der hälfte sehr schön und ich würde sagen dann sammle ich hier nochmal ein paar narkobereys im notfall fragen wir den Farber der hat bestimmt 3 millionen narkotik wenn der sogar schon giganotus hat da braucht man ja keine ahnung auf normalen einstellungen ist ja der server ich glaube da braucht man für einen giga irgendwie 7000 oder so wenn er ein bisschen high leveliger ist und da sieht man auch giganotosaurus in der level 4 und äh level 42 das ist nicht ohne so haben wir jetzt noch mal hier ein bisschen narkobereys nur zwei stück okay das ist auch ein gallinimus hier kann ich aber leider nicht sehen glaube ich weil die schneller sterben als k.o. gehen oder aber du stehst wahrscheinlich schneller ne kleiner gallinimus außerdem brauchen wir noch für den ultra viel narkotik aber auch eh nur einen stein nur noch so egal muss ich wirklich neue holen ich hab fast alle da an den para verballert wie 30 steine oder so und ich guck einmal nochmal ganz kurz wieviel narkobereys wir denn normalerweise bräuchten für so ein para level 28 na geht sie gut wenn ich aufgewacht dann ist alles gut hier das ist eine narkobere so dann brauchen wir zack mechobereys schnell eingeben so ich mach mal für ein only mechobereys bräuchten wir ungefähr 40 narkobereys also höchstens 40 die habe ich leider noch nicht die muss ich hier noch zusammensammeln hier haben wir nochmal zwei also hälfte hat sie schon geschafft ich glaube das schaffen wir zu zähmen wäre auf jeden fall super duper super duper super duper und wäre echt ganz geil wenn wir es schaffen würden direkt hier so in der zweiten folge so einen kleinen parasaurier zu haben das ist ja eigentlich schon ein relativ großer fortschritt so und ich möchte jetzt ein paar büsche 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 wieviel narkobereys habe ich drei stück julian drake has joined this ark ist hier irgendwo in der Nähe ich schreibe einfach mal hallo so und sammeln hier ordentlich bären so dann zurück hier zu unserem chara der tribe made aska level 4 was killed by a dire wolf oh oh dire wolf ist natürlich gefährlich hier hat jemand narkobereys ich glaube das wird knapp hier mit den narkosemitteln deswegen frage ich jetzt mal einfach ganz kurz komm hier hoch was ist denn da oben oh cool not seeded and not fertilized wo sind pteranodon gelandet so dann haben wir noch eine narkoberey noch zwei stück sind sehr schön noch mal ein paar mietroberys noch mal ein paar narkobereys sehr cool oh und sogar ein level up hier einfach nur durchsammeln äh bei fortitude ich weiß nicht ob ich noch eins drauf gehen soll komm eins noch auf fortitude zur sicherheit da sind wir schon auf 6,0 das heißt wir sind robust wie ein stein und ich weiß nicht was ich als nächstes nehmen soll ob ich hier so eine grüne foundation zum leveln ich weiß es ehrlich gesagt nicht allerdings muss ich jetzt erstmal hier ein paar Pärchen in den mit viel reinlegen so hier hast du noch ein paar mietroberys pindroberys 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 die narkobereys hier kannst du gleich alle futtern jam 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 aber hast du narkobereys zufälligerweise vielleicht ach man 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 ich brauche unbedingt narkobereys und ich glaube jetzt legt der mal kurz der server ne ne der Busch da legt oder sie ist noch legt ich bin mir jetzt nicht sicher egal mietroberys narkobereys irgendwie finde ich aus diesen ganz kleinen böschen hier so auf der erde aus innen so die meisten narkobereys raus ist doch überhaupt so die besten bären yummy 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 ich brauche narkobereys gib mir narkobereys dankeschön sag ich ja er singt fünf Büsche oder so und in einem war mindestens eine narkobere drin ist ganz stark noch mal eine narkobere sehr schön noch mal eine narkobere sehr schön Tintoberry Azulberry Armaberry alles mit dabei hier wieder zwei narkobereys alter die sind saugut die vier die die wische und hier noch ohne kleidung läuft ein eco entlang und tut was er kann um einen parasaurier zu ziehen friss ich kann so alle essen so ein bisschen fleisch haben wir zum glück noch so ich war auch heute schon bei den easy garra fällen da laufen fröhliche fleute und so weiter und so fort rum so und ich sag mir jetzt hier einfach mal weiter narkobereys so 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 ein Schneeflock ist natürlich auch nicht gut und die ist ja mit der kleidung wahrscheinlich sogar weg das ist auf jeden fall mega gut hier wenn man hier lebt ein bisschen auf fortitude zu skillen so das bringt's so dann hier me too berries apple berries armor berries kriegst du alles rein so 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 Ich werde gleich Farber fragen, ob er es braucht. Wo ist denn der? Hat er wieder alles abgerissen? So aus. Dann kann ich ja auch endlich mal gleich mit der ersten Base anfangen. Ich denke mal, ich werde direkt sogar aus Holz bauen, einfach, dass es nicht kaputt geht. Einfach so richtig easy. Weil es ja halt auch viele T-Rex und sowas gibt. Deswegen werde ich dann doch direkt aus Holz so ein Sedgehaus sollte eigentlich nur so ein kleines Basislager für zwischendurch werden. Wo man vielleicht auch mit den ein oder anderen Dilo oder so reinpackt. Aber sonst auch nichts. Und sonst das richtige Haus würde ich direkt eigentlich ganz gerne aus dem Wood bauen. Sonst wird es auch mal ganz, ganz schnell von einem T-Rex zerbissen. Das wird eigentlich Wood auch, aber es ist halt schon resistenter. So, was ist da oben dran? Das sieht ja auch cool aus. Das kenne ich ja noch gar nicht. Oh, cool. So, jetzt geht's Taming gegen Unconscious. Der läuft schneller runter. Beide sind jetzt so ein bisschen über der Hälfte noch. Das heißt, Taming hat tatsächlich hier einen kleinen Vorteil. Und Unconscious geht wieder runter, obwohl ich ihm direkt hier zwei Narko-Berries gefüttert habe. Weil hier, du kannst auch mal die anderen Bären kurz nehmen. Warte mal halten. Zack. Hier, Major Berries. Lecker, lecker, lecker. Ist auch schon fast getamed hier. Eva. Eva. Tamed by Pizza. Oh, der ist gar nicht von Fabo getamed. Er ist nur von... Er gehört nur Fabo, ist aber gar nicht von Fabo getamed. Und hier, das ist Fabos Base. Boah. Mit allen Artefakten. Hier noch mit Adam. Oh, kommt der ran oder nein? Eins. Ich weiß nicht, ob der das braucht. Ich nimm es mal mit. Ich würde es ja hier reintun oder so, aber... Der ist alles abgesperrt. Die Tür auch. Und jetzt bin ich tatsächlich wegen den Eiern zu schwer. Deswegen lege ich das Tyranod an. Mach mal einfach hier zurück. Ist ja auch ein bisschen blöd, wenn man es einfach mitnimmt. Parasaurier in das Rex Egg hab ich hier gefunden. Zack. Dann war noch zu schwer. Na, egal. Ich kann die Eier ja auch eigentlich hier reintun, so. Halten die sogar länger. Na, ähm... Ich weiß nicht, ob er es braucht. Für besonderes Kibbel braucht man eigentlich Pterrex eigentlich auch nicht. Von daher kannst du es hier mal kurz mitnehmen. So, denn Unconscious geht wieder schnell, schnell, schnell runter. Das heißt, wir brauchen dann wieder schnell, schnell, schnell Narkosebeeren. Zack, zack, zack. Kann man ein bisschen was fahren. Weiber, Tintoberries, Azulberries, Mitoberries, Aberries. Alles mit dabei. Aber ich brauche Narkoberries, Leute. Also gibt mir noch mal ein paar Narkoberries. Hier, perfekt. Zwei Stück. Sehr, sehr schön. So, alles hier abgaben, alles abgrabbeln. Kriegt man ja auch Level dazu, auch wenn ich viel... Ich könnte natürlich auch effektiv leveln jetzt hier mit Foundations aus Wood. So nebenbei. Aber dann würde ich ja keine stetige Narkoberries mehr für mein Viech haben. Ein Raptor. Oh, oh. Bitte greif nicht mein Klingens an. Eva wird angegriffen. Eva wird angegriffen. Ich kann... Ich muss ihn eigentlich retten. Kill ihn! Stirb, du blöder Raptor! Ah, nice. Ich habe auch keine Sterne mehr. Ich kann nichts tun. Ah, meins! Ich brauche Fleisch. Puh. Gut, das hätten wir ja auch geschafft. So, dann fütter ich ihn jetzt nochmal hier. Ich will mit sechs Narkosebären. Nark... Was soll das denn für eine Betonung? Narkosebären? Hast du... Narko... 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 Narkoberries? So. Ich brauche Narkoberries. Ich habe schon den ganzen Chat zu gespannt mit Fragen. Vor allem mit Hass und Narkoberries. Und dann auch, ob ich irgendwo mein Paar abstellen kann. Ob sie irgendwo ein öffentliches Dino-Gehege ist. Weil für Low Level wie mich ist es natürlich schwer, den jetzt irgendwie safe zu halten. Ich denke mal, ich werde das dann vorerst, wenn ich es jetzt noch nicht schaffe, in den nächsten... äh... Minuten, Stunden, was weiß ich, denke ich... Nicht sein Ernst! Nicht dein Ernst! Egal. Nicht schlimm. Dann muss ich wohl 19. Hier, dafür krieg... Hier, du kriegst sogar hier deine Eier zurück. Drop! Drop! Drop, sonst bin ich zu schwer. So, ne, hier. Take all from... Irgendwann toll, ich bin immer noch zu schwer. Ah, er hilft mir bei einem neuen. Sehr, sehr nett auf jeden Fall, wenn er... der mir hier so ein bisschen jetzt kaputt gemacht hat. Aber ich würde sagen, das mache ich jetzt erstmal offline. Das hätte schon länger gedauert, jetzt versuch... äh... den hier zu versuchen zu zähmen. Das ist ein richtiger Satz. Keine Ahnung, egal. Wenn es euch gefallen hat, schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.